Herzlich Willkommen, mein Name ist Christine Burmeister von I'm Living Immobilien. Ich zeige Ihnen heute ein mediterranes Haus in Bachern am Wörze. Bitte folgen Sie mir. Vom Wohn- und Essbereich aus hat man einen fantastischen Blick über den Wörzsee. Im Garten befindet sich ein moderner Pool sowie eine großzügig überdachte Terrasse. Für die Menge und die Menge Ler aber nicht Technical und die Menge Lerner und die Menge Lerner und das Auspust wurde. Ach so einfach, was das letzte Mal habe ich. Es gibt einen kleinen Pfund, die die Menge Lerner anziehen. Ich hatte einen kleinen Pfund und die Menge Lerner, die ich erinnere. Ich bin einiger Pfund und viergestrahlen. Ich werde das große Stimme mit der Einbergrechte anklieren. Wenn Ihnen das Haus gefällt, rufen Sie mich an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.